Das ist auch ein ganz schönes Chaos, unser Verbündeten Base. Warum musst ihr jetzt nochmal kommen? Das liegt doch hier irgendwo, ja da kommt die Verstärkung, aber die ist immer so lahm. Unsere Verbündeten Base haben wir angegriffen, ja. So. Hilf denen doch, hilf denen. Also weiter. So. Braucht ihr was? Ein Leben für die Horde. Aber schon wieder neue. Unsere Verbündeten kriegen wir auch ganz schön gerade auf dem Sack. Dabei lebt Jaina schon wieder. Ja. Du sollst hier reparieren. So. Warum reparierst du hier eigentlich nicht? Falls jemand wieder in den Eingriff kommt, wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So. Org 813. Ich möchte jetzt erst die Basis hier rechts komplett erstellen. Das ist gar nicht mehr so viel. Wir haben auch die Production rausgenommen. Eigentlich dürfte halt nicht mehr so viel rauskommen. Und danach gehen wir uns um die linke Basis hier kümmern. So. Also weiter. Hier scheint wieder den Eingriff zu starten. Aber gerade möglicherweise spät genug, dass die Armee noch da war. Ich bin der Kriegshäuptling. Oder. Ja. Spät genug ist eigentlich falsch. Früh genug, ne. Denn wenn wir ein bisschen gewartet hätten, wäre die Armee schon weiter vorgerannt. Das macht aber ordentlich was an. Schieß doch! Du sollst doch diese… Ja. Und bis er das gecastet hat, hat es schon wieder viel zu lang gedauert. Oh, jetzt kommt da noch mal so ein Typ drin. Muss denn das sein jetzt hier? Oh, jetzt ist unser verbündeter Held gestorben. Ist nicht gut. Oh, ich finde, der geht sicher wieder. Nein, renn du doch und du greifst an. Warum greifen die denn nicht an hier? Wir müssen doch nicht das Inventar öffnen. Was ist denn hier, Peon? Oh nein, jetzt habe ich meinen Helden aus dem Auge genommen. Ich bin der Kriegsmittel. Für die Ehre. Blockreiche zurück. Was ihr wolle. Geht zurück. So, dann wird schon viel Geld. Oh, musst du jetzt ausrechnen und hier hinkommen? Geht zurück. Geht zurück. Ich bin der Kriegsmittel. Für die Ehre. Was ihr wolle. Die Geister sind hoch. Bereits zum Ausweiten. Für die Haupte. Ja. Also weiter. So. Gut. Und wieder hier hin. Wir wollen jetzt erstmal das Ding hier zerstören. Muss doch hier gehen. Ug. Rok. 8 14. So. Hatte ich hier noch irgendwo Peons? Achso, die bauen hier ja. Das musst du leider selber regeln, aber das solltet ihr es schaffen. Jetzt 2 angreifen, wir bleiben bei den Einheiten, die wir kennen und wo wir wissen, wie wir sie einsetzen. So, hier sind wieder neue, leider gespawnt, das finde ich jetzt nicht ganz so geil, aber was soll's, hilft ja nix. Also es war auf jeden Fall sehr gut, dass wir diese Tower alle gebaut haben. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Die Geister sind ruhelos. Eure Zeit ist gekommen. Niemand wird... Dann stellt man wieder dieses Gebäude hier. Das nervt mich nämlich schon die ganze Zeit, dass es da noch steht. So. So. Das sieht doch gut aus. So. So. Das sieht doch gut aus. Das ist ein Wetzel. Okay. So. Hier geht's eigentlich schon zum Gegner hoch, oder? Wollen wir da überhaupt hin? Oh. So. So. Ach, also eigentlich muss da ja auch noch gar nicht hoch, oder? Aber ich denke das lassen wir mal kurz noch leben. und gehe jetzt lieber mal zu dem Bereich, wenn der Verbündeten immer Stress macht. Das Problem sein könnte, dass er sich hier wieder aufbaut. So. Das weiß ich nicht so genau. Die Geister schützen. Wir werden angegriffen. Unsere Stadt wird angegriffen. Wo ist was getan werden? Oh, schneller. Das kann ich. Alles klar. Ja. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Hm? Alles klar. Ja. Was ihr wolle. Hm? So. Und wir speichern nochmal. Org 815. Stärken uns hier nochmal ein bisschen und gehen dann jetzt hier drauf. So. Einen kleinen Boost kriegen wir jetzt hier noch zum Auffrissen. Ich denke diese Goldmühe sollte eigentlich gleich mal leer sein, oder? Zweit. Schau und Mineralien noch. Ach wir haben auch noch Upgrades, oder? Ich verschlafe immer meine Upgrades. Ich muss mal dieses Upgrade hier gerade holen. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Können wir denn noch Gold haben? Wir brauchen mehr Gold. Das ist jetzt alles soweit, dass wir wieder alles auf 1 haben können. Okay. Das freut mich jetzt nicht so richtig. Aber naja. Ja. So. So. Also da ist ein Tower. Den ignorieren wir jetzt mal. So. Jetzt bist du nicht mit auf 1. Meiner alten Knochen Schmerzen. Lockregal. Die Erden. Ich bin jetzt nicht ganz so stark. Ja. Das war zu erwarten. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja hier noch. Wir werden angegessen. Wir werden angegessen. Ich bin der Kriegshäuptling. Ich hab eigentlich immer die Hoffnung, dass meine Viecher hier mal irgendwann sinnvoll hochrennen. Aber diese Hoffnung muss ich eigentlich auch immer aufgeben. Lass doch den Mann hier durch. Z. Den Hund. Das ist teuer für mich. Ich weiß man sollte gegen diese Tower mit Katapulten vorgehen Leute. Schreibt mir das bitte nicht in die Kommentare, weil das weiß ich. Aber manchmal muss man halt auch einfach das ignorieren. Nein. Neue alten Knochen Schmerzen. Also weiter. Loomner. Eure Zeit ist weiter. Ja. Für Doomhammer. Gut. Gut. Wir müssen uns gleich gleich nochmals kurz zurückziehen. mal hier ein bisschen für die tower stehen das ist mir jetzt zuviel ich bin jetzt wieder in meiner fresse nicht mehr glück kenne das war gut hier das dagegen bin ich gar nicht so gut waren hier nicht auch mal mehr turrets oder tower ja das ist sehr ärgerlich so ich meine festung also weiter das ist eigentlich mal weiter vorrücken wir können aber wieder katapulte bauen hier ich glaube wir bräuchten auch mal langsam so ein langsam wird es mal zeit für eine zweite ziel das kann nicht wo es was getan werden das ist dein ernst schade wir wollten ihn weil unser in camp damit auch drastisch schmelzen wird aber hilft ja nichts so ich hatte eigentlich gehofft dass auch irgendwann mal wieder unser verbündeter mit eingreift aber der ist zu sehr mit verteidigen beschäftigt so wie es aussieht was macht denn dieser wolf hier jetzt ist da auch noch ein was kommt denn hier alles was kommt denn hier alles was ihr wolle Aber wenn ich's push, Jaina? Kannst auch gerne mal helfen. Das, was ihr auf uns zurollt. Ist das auch Friendly Fire? Ich fürchte ja, oder? Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Oh. Jetzt sind hier zwei von diesen Dingern. Und jetzt kommst du auch noch hier, oder was? Oh. Niemand wird überleben. Für Doomhammer. Was ihr wollt. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Oh, komm doch jetzt mal. Töte den doch mal hier. Lockner, rasch. Für Doomhammer. Unsere verbunderte Stadt wird angegriffen. Oh, das ist aber auch nicht so wenig. Da müssen wir auch schon wieder helfen. Dabei würde ich mich doch ganz gerne einfach mal heilen. Oh nein. Nein. Also weiter. Arbeit abgeschlossen. Für die Ehren. Arbeit abgeschlossen. Dann. Für die Ehren. Hm. Hm. Ah. Oh. 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 Äu. Oh. Oh. Ach das wir. Ob War was? Wir wären jetzt versuchen von unten die da zu beschießen. Oh, jetzt ist der wieder gesporen. Schieß doch drauf! Ich meine, schön Gadda-Pulde! Oh, jetzt ist hier echt wieder in der Fresse von dem Typen hier, der neu gespawnt, ne? Ja, tschüss, Amen! Ich, du Bora, wir brauchen mehr Gold! Also weiter! Hey! So, also eigentlich war das am Anfang eine ganz schöne Mission, muss man sagen, bis zu den ersten drei Goldminen. Und dann wurde es auf einmal viel härter. Ja, hier ist jetzt auch gleich kein Gold mehr verfügbar. Hier auch nicht mehr so viel, also irgendwie ist uns das Spiel aus der Hand geglitten, muss man leider sagen. Worennt ihr jetzt hin? Hier rennt ihr zudem? Ja, rennt ihr auch hin? Warum rennt ihr da so überaus schnell hin? So, wir müssen uns hier... Warum rennt ihr denn jetzt nicht weiter? Nur du solltest doch einmal hier an dem Brunnen vorbei. Ich verstehe nicht, warum die nicht laufen! Also weiter! Was ihr wolle! Guck dir doch mal an, wie der hier läuft! Was ist das denn? Jetzt ist da wieder so ein Typ gespawnt! Okay, Leute, wir machen mal... Wir laden mal den Spielstand 8.15 und machen dann doch jetzt mal einen schönen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!